Das kommunistische Manifest auf Kölsch von Marx und Karl und dem Engelsfriede 1848 Er gespenzt jeder Römme in Europa, er gespenzt vom Kommunismus. Die Mächte von aller Europa haben sich malig zusammengedont zur Hetzjag jeder gespenzt, der Papst, der Zar, der Metternich und der Rizot, französische Radikale und der deutsche Schmier. Wo haben wir dann die Oppositionspartei, die nicht vom Regierungsschmölz als dreckige Kommuniste geschandt wird, noch die Oppositionspartei, die denne fortgeschrittene Oppositionslück auf dem reaktionären Jechner nicht der Fürwurf vom Kommunismus an den Kopf geschmissen hat? Das säht uns zweierlei. Der Kommunismus weht das lang von der europäischen Mächte als ein Machangesinn. Höchste Zieg, dass die Kommunisten der Welt ganz offen darlegen, was sie will und für haben, was sie denken und dem Gespenst vom Kommunismus ein richtiges Manifest von der Partei jenöverzustellen. Dazu haben sie sich zu London eingefungen, und mit kommunistischen Manifesten schriefe, dass dann ob Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Flämisch, Dänisch und Kölsch publiziert weder wird. 1. Bourgeois und Prolet Die Geschicht von der Gesellschaft der Allemwolle ist die Geschicht vom Klassekämpfe. Der Freie jen der Sklav, der Patrizier jen der Plebeier, der Baron jen der Lieferjene, der Zunftbürger jen der Gesell, Kot, Ungerdrücker und Ungerdrückte stundte immer jene Nein, war immer balloffe, ballverstoche am Kämpfe. Ein Kampf, der jedes Mal obgehört hat mit Revolution und jetzt Neuem oder mit dem Ungerjank von aller kämpfende Klasse mit den Nein. In frühtere Zieg von der Geschichte fingen wir überall Liederungen von der Gesellschaft in die schädene Stände, in männliche Abstoffungen von der gesellschaftlichen Stellungen. Im Aal-Rom haben wir Patrizier, Rütter, Plebeier, Sklavier, im Mittelalter Feudalheere, Fassalle, Zunftbürger, Geselle, lief eine und dabei noch mannig Abstoffungen von all der Klasse. Der aus dem Ungerjank von der Feudalen Gesellschaf überkommene moderne Gesellschaf hätt dat Klasse jene Nein nicht obgehoffe. It hätt nur neue Klasse, neue Ungerdrückung, neue Bedingungen und Kämpfe gebrat. Uns Zieg, de Zieg von der Bourgeoisie hättet ever geschaff, dat Klasse jene Nein nicht infacher zu mache.